Hallöchen ihr Lieben zu einer neuen Folge von Kyoku Shoujo. So, ich habe das Rätsel wohl gelöst. Ich hoffe, ich kann es jetzt nochmal hinkriegen. Man muss sich hier quasi aufschreiben. Tag 2, das ist dann die Stelle von diesem Code unten. Und hier dieses Mess 0 soll andeuten, dass das das Kreis halt sein soll. An vierter Stelle soll man das, dieses viereckige Ding, stellen. An erster Stelle soll das Dreieck und das soll das Quadrat darstellen. An dritter Stelle, genau, das machen wir jetzt. Gehen wir hier mal rein und hier ran. So, jetzt hoffe ich, dass ich es nochmal hinbekomme. So, als erstes kommt das hier. Erst das Dreieck einsetzen. An zweiter Stelle der Kreis wird durch das hier dargestellt. An dritter Stelle das Quadrat, was durch das i dargestellt wird. Und an vierter Stelle kommt das. Tada! Irgendwas ist passiert. Irgendwas ist mit diesen Dingern hier. Na? Nichts? Okay, das ist jetzt unerwartet. Ich hätte gedacht, dass hier was passiert. Na gut, dann müssen wir uns mal umschauen. Hier ist jetzt nichts mehr auf jeden Fall. Aber die Schwester ist wieder erschienen. Und wir haben nichts dafür erhalten, Sauerei. Das finde ich ja nicht nett. Wir speichern mal hier oben nochmal. Hallo! Ja. Hier ist nichts, oder? Ne, hier ist alles beim Alten. Das hat eben so lange gedauert. Da dachte ich schon, jetzt taucht da irgendwas Tolles auf. Okay, hier ist auch nichts. Hier haben wir wirklich alles. Ah, Sekunde, aber wir gucken einmal zur Sicherheit nochmal da, wo Schränke sind, weil da ja irgendwo die Mitgliedskarte sein soll. Ah, der Fernseher geht immer noch einfach an und aus, wie er will. Was er will, macht er einfach. Okay. Hier ist auch nichts. Die Bibliotheca haben wir ja eigentlich abgeschlossen. Ich hoffe nur, hier ist nichts. Ah, hier. Oh, krass. Da sind mehrere Bücher der gleichen Person, also vom gleichen Autor. Ah, mein Gott, ich wollte gar nicht raus. Wer ist das? Das eine war ja die Schwester. Yuki, Schwester. Dieses, das, das da eben. War das Yuki, als sie klein war? Aber wieso sind da zwei Yukis mit verschiedenen Altern, also in verschiedenen Altersklassen? Aha, ich habe hier ein Buch, da steht Fleisch, Knochen. Sekunde, das schreibe ich mir lieber auf. Fleisch, Knochen. Okay. Was haben wir hier? Nein, nicht schon wieder. Una Senja. Die machen mich echt fertig hier mit den Sägen. Was? Ah, okay, da ist eine Schublade. Ah, super. Wir haben jetzt einen Philips-Schraubenzieher. Das ist sehr gut. Hier ist ein Fotoalbum. Ah, da ist ein Album von Motoya, meinem Bruder. Und von meiner Schwester, Yuki. Aber wo bin ich? Bin, ist das irgendwo anders? Oh, von ihr gibt es kein Fotoalbum hier. Hm, verflixt. Das ist ja nicht so gut. Alles klar. Aha, krass. Also, wow. Zum Glück habe ich da nochmal gedrückt, sonst werden wir wahrscheinlich ziemlich lange umhergeirrt ohne Plan. Ach so, genau, wir haben ja jetzt den tollen Screwdriver, mit dem es jetzt möglich sein sollte, dass wir den Spiegel abnehmen, wozu auch immer das gut sein mag. Schauen wir einfach mal. Ja, das wollen wir machen. Oh Gott. Ah, ich komme da nicht hin. Okay. Hm, verflixt, da kommen wir nicht rein. Ist hier irgendwas zum Bewegen? Nee. Das hier auch nicht. Hier ist auch kein Stuhl oder so. Nee, so kommen wir erstmal nicht weiter auf jeden Fall. Wir speichern nochmal. Wir können mal gucken, ob sich hier was verändert hat. Ach Quatsch, hier wollte ich gar nicht lang. Bloß nicht. Wo wollte ich denn lang? Hier ist zu. Etwas blockiert die Tür von der anderen Seite. Genau, hier nochmal. Hier sind ja auch... Ach so, hier könnten wir nochmal gucken. Nee, hier ist nichts. Ist da die Puppe? Ich mag sie nicht. Gucken wir mal, ob sich hier was verändert hat. Nee, da sind immer noch die Messer. Ich traue dem nicht. Die fallen doch wieder auf uns drauf. Wir haben ja nichts anderes jetzt. Da komme ich übrigens auch nicht ins Menü da drin. Genau, wir haben die ganzen tollen Schraubenzieher. Das Küchenmesser. Ein Stück Metall. Ach, das sehe ich jetzt erst. Dieses Stück... Ach Quatsch, Stück Metall. Dieses Stück Holz ist geschnitten im Format von geometrischen Formen. Das ist ja verdächtig. Ach, das war das, was wir eingesetzt haben. Das habe ich gar nicht geraffelt. Ich wusste sowieso nicht, was wir da die ganze Zeit einsetzen. Das war sehr seltsam. Okay, da stand Fleisch zu Knochen. So, und hier steht ja, dass die Muskeln gemeinsam mit dem Blut haben Eisen. Nämlich Eisen. Und die Knochen bestehen aus Calcium. Das ist jetzt natürlich eine echte Herausforderung. Aber wir haben ja nämlich hier die Tabella Periodica. Jetzt ist natürlich nur die Frage. Okay, Calcium wird ja wohl Ca20 sein. Aber Ferro ist hoffentlich die 26. Ich bin mir nicht ganz sicher. Probieren wir das doch mal aus. Das ist jetzt das Beste, was mir eingefallen ist. Jetzt ist natürlich die Frage. Ach nee, das kommt wahrscheinlich, das muss wahrscheinlich eingetragen werden in der Bibliothek, in das Teil, in den Schrank, genau, der sich nicht öffnen ließ. Okay, 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 wow. Ich finde, also die Rätsel sind hier nicht ganz ohne. Klar, es ist auch noch ein bisschen die sprachliche Barriere, die jetzt nicht super groß ist, aber durchaus ja auch da. Aber es ist trotzdem anspruchsvoll. Okay, hoffen wir es jetzt mal. Äh, Quatsch. Zwei, sechs, zwei, oh Gott sei Dank. Ja, das ist richtig. Da ist was im Schrank. Willst du es nehmen? Una escada. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es eine Escalada ist, also eine Treppe. Ja, genau, die kann man an die Wand stellen. Super. Dann kommen wir in diesen netten kleinen Gang. Oh, da freue ich mich ja schon drauf. Das wird bestimmt super, durch einen engen Gang zu laufen. Wie nennt man das denn? So ein Ventilationsschacht, ne? Ach, ich denke immer hier bin ich dann schon in der Küche, aber das ist noch zu früh. So. Hier speichern wir mal. So. Und dann probieren wir es mal. Ja. So. Aha. Was ist das? Öffene Schränke? Eine Puppe, die Pendurada ist. Ich weiß nicht, was das heißt. Sekunde. Pendurada. Das würde... Okay, gibt's nicht, das Wort. Vielleicht mit... Oh. Pendurada gibt's. Mal gucken. Ah, die hängt. Öff. Okay. Was haben wir hier? Die guckt nach links. Halt, halt, halt. Sekunde. Wo guckt die hin? Ih, die Augen sind nicht gleich. Eins guckt nach unten und eins nach vorne. Aber das hier guckt auf jeden Fall nach links. Das hier guckt nach vorne. Das ist schwarz. Und das hier ist gelb und guckt nach vorne. Startet. Startet. Du musst meine Fragen korrekt beantworten. Ah. Was ist die unterschiedliche Farbe? Der Puppe in der Mitte? Nein, nein, halt. Ich weiß das jetzt gerade nicht. Ich muss das nochmal aufschreiben. Hi! Hi! Wie gemein ist das denn? Voll fies. Perflixt. Okay, nicht so schlimm. Aber wir müssen das unbedingt aufschreiben. Am besten auch mit Blickrichtung, würde ich sagen. Okay. Also. Grün. Und die guckt komisch. Würde ich einfach mal sagen. So. Dann. Nein! Jetzt habe ich die Mitte. Naja, ist ja auch egal. Blau. Und die guckt nach vorne. Und hier haben wir... Die guckt nach links. Die hat irgendwie normale Augen, würde ich sagen. Ganz normal. Genau. Und dann haben wir hier eine mit schwarzen Augen, wo man natürlich nicht sieht, wo sie hinguckt. Oder braun. Jedenfalls sehr, sehr dunkel. So, dass ich es nicht wirklich... Nein, 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 nein! Okay, ich glaube, die andere hatte gelb, wenn ich mich korrekt erinnere. Ich weiß nur gerade nicht, wo sie hingeguckt hat. Okay. In der Mitte. Azul. Blau. Nächste Frage. Die vorletzte von rechts. Äh. In welche Richtung die guckt? Ach du Scheiße. Unten links, unten rechts. Äh. Ich habe keine Ahnung. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Hä? Da müssen wir nochmal gucken. Da bin ich ein bisschen verwirrt gerade. Die haben doch nicht nach oben links oder oben rechts geguckt. Die haben höchstens mal nach unten geguckt. Da muss ich nochmal schauen. Nur die eine hat doch hier... Nach unten halt. Links. Unten. Hm. Okay. Die guckt nach links, aber man kann jetzt nicht gerade sagen, unten links oder so. Und die hier guckt doch ganz gerade. Und hier erkenne ich halt nichts. Vielleicht guckt sie nach unten links, aber ich kann das nicht so genau sagen. Und die guckt ganz gerade. Mano, das ist voll schwer. Ähm. Azul. Para cual canto a penultima boneca da direita está holando. Tja. Scheiße. Okay, bald haben wir dann auch alle durch. Das ist auch egal. Toll. Ich raffel das gerade nicht. Das ist doof. Das ist doof. Erinnert mich ein bisschen an Misau mit dem einen Farbenrätsel. Wo ich einfach nicht wusste, welche Farbe welche Farbe ist, weil ich die nicht erkannt habe. Naja. Egal. So. Hoffentlich kommen nicht noch schwerere Fragen. Dann wird es echt ein bisschen schwer. So. Aha. Okay, das Zweite. Ich muss Cores nachgucken. Welche sind die, ja, Farben der Augen? Von links nach rechts? Oh, 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 das ist nicht schlimm. Ähm. Es muss blau, weiß, grün. Ja, das ist... Ja. Es scheint alles richtig zu sein. Oh, etwas ist aufgegangen. Da, da, da. Und ist hier etwas aufgegangen oder woanders? Hm, mal gucken. Tja, irgendeine Tür wird sich wohl geöffnet haben. Müssen wir jetzt mal schauen, welche. Und da wären wir wieder. Ja, ähm. Anscheinend kann man sich hier schnell vorbeischleichen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, ich habe es vorher nicht gemerkt. Aber ich verstehe es nicht. Ist egal. Jetzt haben wir es jedenfalls hinbekommen, uns da dran vorbeischleichen. Und sind jetzt hier. Ähm. Okay, in der Kiste sind, äh, Arbeitsgeräte für den Garten. Oh, das ist nicht gut, was da ist. Ist, ist da jemand? Oh. Yuki. Schwester. Oh, was ist geschehen? Ich, was ist geschehen? Nein. Schwester, Schwester. Bitte, antworte mir. Schwester. Bitte, antworte mir, dass alles gut ist, wie immer. Oh, das ist nur eine... Achso, das ist nur ein Scherz. Du tust nur so, als wärst du tot, nicht wahr? Huch. Hey, Schwester. Da ist überall Blut. Alles. Aber es ist doch nur ein Scherz. Oh, nein. Ist da, was sagen wir? Sie blutet. Ist das Blut real? Oh, was ist denn jetzt los? Blut? Blut! Das Blut meiner geliebten Schwester. Von meiner Schwester. Das Blut meiner Schwester. Von meiner geliebten Schwester. Meine Schwester. Meine Schwester. Meine Schwester. Ah, meine Schwester. Ah. Ah. Äh, Schwester, du wirst nicht sterben, oder? Schwester. Du warst immer stark und hast. Du hast alles durchgehalten. Das hältst... Auch das bisschen Blut hältst du aus. Ah. Ah. Ja, sie sieht sehr traurig aus. Und sie liegt da. Neben den Kisten voller Papier. Sekunde, ich guck mal kurz. Dei Tada. Was heißt denn das? Den Tada gibt es hier nur... Ah, Bisswunde. Ah, okay. Oder wahrscheinlich entweder Biss oder halt auf jeden Fall so eine Art... Ja, Wunde. Durch was Messerartiges möglicherweise. Auf jeden Fall sieht sie sehr traurig aus. Oh, sie hat ein Loch im Magen. Und der Magen ist ganz angeschwollen. Sie ist voller... roter Wasser. Aber wieso? Oh, ach so. Ich kann mich wieder bewegen. Schwester, warum seid ihr gestorben? Bist du gestorben? Okay, hier scheint ja nichts drin zu sein. Was... Ach so, das ist ein Frosch. Ah, ich bin... Ich bin die Ehefrau von Sapo Salvar. Ich bin jetzt autorisiert, das Spiel zu speichern. Okay. Hm. Scheiße. Okay. Nochmal. Deswegen speichern. Aber wo... Wo kann ich denn langlaufen? Ah! Kadama Chenta! Hehe. Hehe. Nein! Da komme ich doch nicht vorbei! Mann, ist der schnell. Verflixt. Ah. Na? Na? Ich versuche ganz schnell zu ran. Oh nein! Das ist ja voll übel. Vielleicht muss ich oben lang. Oben an dem Tisch lang. Ich probiere es mal. Okay, das ging ja. Aber was zur Hölle hat sich denn nun hier überhaupt verändert? Wir haben jetzt unsere arme Irma gefunden. Aber was nun? Was bringt uns das jetzt? Hm. Kein Plan. Wo geht es weiter? Wo geht es weiter? Wir wissen es nicht! Hier ist auf jeden Fall das rote Wesen. Uah! Gruselig. Hier ist immer noch verschlossen. Wir hören jetzt erstmal auf. Ich bin verwirrt. Ich muss mal wieder irgendwie irgendwas suchen. Und ich weiß noch nicht ganz genau was. Entweder ist irgendeine Tür aufgegangen. Oder was könnte sich denn sonst verändert haben jetzt? Müssen wir nochmal schauen. Na gut. Okay, dann machen wir jetzt erstmal Schluss mit der Folge. Und dann sehen wir uns in einer neuen Folge von Kyoko Shoujo. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao! Vielen Dank.